Auf liebe Leute! Die meisten Festivals haben ja ihre Artist-Aufgebote soweit finalisiert. Zeit also für ein finales Line-Update vor dem Festivalsommer 2024. Dem Festival-Überblick für den Dachraum und darüber hinaus. Alright! Über 100 Festival-Line-Ups. Chronologisch, Wochenende für Wochenende sortiert. Wir machen das Ganze im Schnelldurchlauf und ich verteile Scores bis 10, wie ich die Line-Ups finde und wie gut sie zu dem jeweiligen Festival passen. Ihr könnt ja jederzeit das Video einfach anhalten, wenn euch ein Line-Up davon interessiert. Wir gehen den ganzen Sommer in zwei Teilen durch. Der erste Teil jetzt hier behandelt Anfang Mai bis Mitte Juli und der zweite Teil, der irgendwann nächste Woche rauskommen wird, geht dann von Mitte Juli bis Ende September. Also am besten schon mal Pit Report abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Okay, let's go! Wir steigen ein mit einem Festival, auf das ich selber auch gehen werde, nämlich dem Straight-From-The-Underground-Festival in Leipzig. Alleine weil hier Genetik spielen. Der Rest vom Line-Up ist auch solide. Ich würde dem Ganzen mal so eine 7 bis 8 von 10 geben. Wir sehen uns im Pit. Am selben Wochenende findet noch das Campus-Festival in Konstanz statt. Die haben mittlerweile auch schon ihren Timetable rausgegeben. Und wir sehen nur Female-Headliner. Richtig geil. Line-Up finde ich eher so geht so. Ist für mich so eine 7 von 10. Haut mich jetzt nicht so vom Hocker im Gegensatz zu dem, was sie die letzten Jahre so hatten. Aber nichtsdestotrotz geil, dass so viele Frauen da headlinen. Ebenfalls Anfang Mai findet noch das An-den-Landungs-Brücken-Festival in Hamburg statt. Mit einem echt schönen Line-Up. Also LeFly-Randhandplan. Vor allem in Hamburg wird das glaube ich richtig geil funktionieren. Deswegen 8 von 10. Ich kenne das Festival leider nicht. Aber ich denke mit so einem Line-Up kriegt man die Leute auf jeden Fall an die Landungsbrücken bewegt. Wir springen zum nächsten Wochenende. Und da findet unter anderem das Sputnik Spring Break statt. Wo ich auch am Start sein werde. Ich habe es schon mal gesagt. Das Line-Up finde ich für Sputnik richtig geil. Habe ich Bock drauf. Vor allem Bad Moms J, Nina Chuba. Scooter. Für Spring Break Verhältnisse würde ich hier eine 9 von 10 geben. Auch weiter unten noch gute Live-Acts. Neben dieser ganzen elektronischen Musik. Aber dafür ist das Festival nun mal da. Man muss die Line-Ups immer für die jeweiligen Festivals bewerten. Sonst funktioniert das ganze Ding nicht. In Stuttgart findet das About Pop Festival statt. Mit einem großen Line-Up. Ich würde hier eine 7 von 10 geben. Aber ist glaube ich für jeden was dabei. So viele Namen wie hier auf dem Flyer draufstehen. Wir gehen auch direkt schon weiter zum nächsten Wochenende. Da findet nämlich das Limewood Festival statt. Mit einem echt netten Line-Up. 8 von 10. Kleines Festival. Meiner Kenntnis nach ist das das einzige Festival an diesem Wochenende. Deswegen gehen wir direkt weiter. Ende Mai. Anfang Juni. Also das 1. Juni. Letzte Mai. Wochenende. Ihr seht es ja welches Datum. Das Maifeld Derby. 31. Mai bis 2. Juni. Hat nochmal Acts nachgelegt. Vor allem Mode Selector. Hätte ich übel Bock drauf. Edwin Rosen. So weit oben. Puh. Viele Acts die ich nicht kenne. Viel Elektro. Viel Indie. Aber fürs Maifeld Derby auf jeden Fall ein ziemlich solides Line-Up. Dann gibt es an diesem Wochenende noch das Immergut Festival. Viele Newcomer ist auch eher ein kleineres Festival. Aber fürs Immergut gibt es eine 8 von 10. Auch vor allem einige Acts dabei. Die mich wirklich interessieren würden live zu sehen. In Gießen findet das Stadt ohne Meer Festival statt. Also das OK Kid eigene Festival kann man sagen. Juli und Paula Carolina. Die ich letztens auf dem Diffus Geburtstag live gesehen habe. Und die war so gut Alter. Gutes Line-Up. Ich frage mich nur warum OK Kid hier nicht mit draufstehen. Trotzdem 8 von 10. Nochmal zurück nach Stuggi. Da ist dieses Jahr einiges los. Da haben wir das Kessel Festival. Rowan Stuggi zu sehen. Ich glaube das ist geil. Ansonsten auch viele gute Acts dabei. Ich hätte nicht gedacht, dass die Shirin David so einen großen Headliner holen. Würde ich da einfach mal belohnen. Und eine 9 von 10 geben. Wir springen ein Wochenende weiter. Zu Rock im Park und Rock am Ring. Und das Line-Up. Ich habe es ja schon mehrfach gesagt. Premium. Ich habe das letzte Mal eine 9 von 10 gegeben. Ich bleibe dabei. Einfach weil ich die Broilers und Avenged Sevenfold als Headliner finde ich nicht so geil. Aber hier ist so viel geiler Scheiß dabei. Und ich habe tolle Bock auf Rock im Park. Wir sehen uns im Pit. Weiter nördlich findet das Ape Jazz Festival statt. Und hier haben wir Jungle the Streets Faithless. Ansonsten noch Better Off. Viele interessante Künstlerinnen hier dabei. Ist eine 8 von 10. Würde ich auch hingehen. Habe aber leider keine Zeit an dem Wochenende. Genauso wenig Zeit habe ich für das Rock am Berg Festival. Aber auch hier viele gute Acts zu sehen. Auch eher eine kleinere Geschichte. 8 von 10. Viel los an diesem Wochenende. Da findet nämlich auch noch das Puls Open Air in Bayern statt. Und die haben ganz schön aufgefahren. War ja ursprünglich mal eher so ein Newcomer Festival. Aber die haben jetzt schon ganz schöne Namen gebucht. Und für das Puls Open Air gibt es eine 9 von 10. Richtig geiles Lineup. Also wenn ich nicht schon bei Rock im Park wäre, wäre ich glaube ich da hingefahren. Fast forward ein Wochenende zum Nova Rock. Und das Nova Rock. Die haben nochmal nachgelegt. Vor allem was da auf der Red Bull Stage so spielt. Ansonsten insgesamt muss ich sagen, schwächer als die letzten Jahre. Und auch schwächer als Rock am Ring und Rock im Park. Was die letzten Jahre eigentlich nie vorgekommen ist. Folge richtig eine 8 von 10. Das Greenfield Festival in der Schweiz. Definitiv eines der Festivals mit der geilsten Lage ever. Umringt von Bergen. Sieht übelst fett aus. Das Lineup sieht auch ziemlich fett aus. Aber auch hier würde ich eher eine 8 von 10 geben. Mir fehlt da so ein bisschen die Abwechslung. Es ist alles sehr aufs Fressbrett. Boah, weiter unten sieht das eigentlich schon geil aus. Ja, 8 von 10. 10 von 10 Lineup beim Rock for People. Ich logge es mal ein. Mit den Namen, die hier noch dazugekommen sind. Es sieht so geil aus. Und wir werden da auf jeden Fall auch am Start sein. Wir sehen so ein Pit. Das Lineup ist einfach nur fett. Wobei eigentlich 9 von 10. Weil der Samstag ist echt nicht so stark. Außer Pendulum. Bei Pendulum wäre ich mich so zerballern, ey. Aber die restlichen Tage einfach nur Knaller. Das wird richtig fett. Ebenfalls Mitte Juni findet das Heroes Festival in Geiselwind statt. Vor allem viele Weiber dabei, Alter. Sehr gut. Aber wie im letzten Video schon gesagt. Für Jesus gibt es einfach immer automatisch Abzüge. Normal 8 von 10. Für Jesus 7 von 10. Es gibt noch das Ain't Like You Festival in Torgau. Für alle, die es ein bisschen härter mögen. Und sich drei Tage auf die Schnauze hauen wollen. Hier könnt ihr es auf jeden Fall machen. Geht eher so in die Punk-Hardcore-Richtung. Gefällt mir eigentlich ganz gut. 7 von 10. Wieder ein Wochenende weiter. Zurück in die Schweiz. Zum Summerside Festival. Und hier haben wir alle Rock-Größen vertreten, die es gefühlt gibt. Against the Machine ist hier dabei. Nicht zu verwechseln mit Rage Against the Machine. Wenn Rage Against the Machine da wäre, wäre es alleine deshalb schon eine 10 von 10. So ist es für mich eine 8 von 10. Alles sehr in der oberen Sparte. Wir haben echt viele gute Festival-Lineups dieses Jahr. By the way, sollte ich irgendwelche Festivals vergessen haben, schreibt das gerne in die Kommentare. Und wenn ihr schon mal da unten seid, lasst dem Video auch gerne mal ein Like da. Das hilft uns sehr gegen den YouTube-Algorithmus. Vielen Dank. Wir machen weiter. Vorletztes Juni-Wochenende. Hurricanes Southside. 9 von 10. Die Headliner sind solide. Aber ich finde es tatsächlich nicht so krass. Vor allem Freitag beim Hurricane. I live at the National Contra K als Headliner. Wenn da noch irgendwie was anderes stehen würde, dann wäre es eine 10 von 10. Ansonsten finde ich das Lineup einfach nur ultra fett, Alter. Und ich habe dolle Bock. Wir sehen uns im Pit. Wo ich auch sehr doll Bock drauf hätte, wäre das Full Force Festival in Ferropolis. Lineup-Technisch finde ich es aber stets dem Hurricane in nicht vielem nach. Es ist natürlich ein bisschen eine andere Sparte. Aber das Lineup liest sich auch sehr, sehr geil. Vor allem das Team Scheiße hier spielt. Ich mag das beim Full Force sehr, dass die auch ein bisschen aus der Komfortzone heraus Fans buchen. Dafür gibt es eine 9 von 10. Ist ein wirklich sehr, sehr geiles Lineup. Und ich wünsche allen viel Spaß, die da hingehen. Außerdem haben wir das Traumzeit-Festival in Duisburg. Mit auch einem sehr schönen Lineup. Ist ein bisschen gemäßlicher. Außer vielleicht Fjord. Vor allem auch ein paar Acts dabei, die man jetzt nicht überall sieht. Deswegen 8 von 10 für dieses schöne Festival. Das Rock for Tolerance in Hessen hat auch ein sehr interessantes Lineup. Ich finde es persönlich nicht so geil. Einfach, weil ich nicht so auf ZSK stehe. Aber Heavy Saurus als Headliner feiere ich übelst. Da gibt es nur eine 6 von 10 dafür. Dem Festival an sich aber eine 10 von 10. Übelst geil, für was die einstehen. Und wie das dort organisiert ist. Geht da gerne hin. Checkt's aus. Wir springen an das Ende vom Juni. Und wir gehen nach Linz zum Lido-Sound. Die dachten so, das Lineup, was wir bis jetzt hatten. Was letztes Mal schon eine 9 von 10 gekriegt hat. Das reicht noch nicht. Wir machen einfach noch einen extra Tag. Und holen noch die Kings of Lian, The Cooks und Milky Chance dazu. 10 von 10. Es ist nur 10 von 10, Alter. Es ist ein geisteskrankes Lineup. Und ich ärgere mich in den Dreck, dass ausgerechnet an diesem Wochenende die Beatstecks in der Wuhlheide Heimspiel feiern und Arnie im Geburtstag feiern. Also eigentlich kann ich nicht nicht zu den Beatstecks gehen, wenn Arnie im Geburtstag hat. Aber das Lineup ist übelst fett, ey. Lido-Sounds. Perfekter Score. 10 von 10. Und wir bleiben in Österreich beim In-Field-Festival, wo Creator und Parkway Drive spielen. Also in Tirol werden die Berggipfel auf jeden Fall mal ordentlich durchgeschüttelt. 8 von 10. Ein fettes Aufgebot an Acts. Außerdem Ende Juni findet das Mission-Ready-Festival statt mit einem der letzten Deutschland-Auftritte von Sum 41. Wer sie nochmal live sehen will, bevor sie sich dann im November leider auflösen werden. Hier habt ihr die Möglichkeit dazu. Okayes Lineup. 7 von 10. 8 von 10, wenn ein paar mehr Frauen dabei wären. Wobei ich sagen muss, die Bands in der letzten Reihe kenne ich nicht. Vielleicht sind da Frauen dabei. 9 von 10 gibt es fürs Mainstream-Festival. Das sieht richtig lecker aus. Für Mainstream-Standards ist das vielleicht sogar eine 10 von 10. Das ist ein echt richtig geiles Lineup. Da sind so viele Bands dabei, die ich gerne sehen würde, dass es für ein Zwei-Tages-Festival echt nach Stress aussieht. Bin mal gespannt, wie da der Timetable aussehen wird. Ah, 10 von 10. Ding, ding, ding. Hoffentlich nächstes Jahr. Wir bleiben bei 10 von 10 Lineups. Das Jara on Air ist wahrscheinlich eins der gestörtesten Lineups in ganz Europa dieses Jahr. Die haben 30-jähriges Jubiläum. Haben gedacht, wir packen einfach mal noch einen Tag obendrauf. Alter ey. Also für die Größe. Da würde ich so gerne hinfahren. 10 von 10 Lineups und die Beatsticks in der Wuhlheide. Es wird so oder so, wo ich hingehe, geil. Aber es wird halt auch immer so ein bisschen... Naja. Ein Lineup, was auch gut aussieht, aber nicht annähernd so gut wie die gerade besprochenen, ist das St. Gallen Open Air. Hier gibt es von mir eine 8 von 10. Ist ja insgesamt ein bisschen poppiger. Ich finde nur die Acts, die sie teilweise gebucht haben... Ja. Also Chainsmokers. Bilderbuch. Aber es ist ja auch immer nur meine Meinung. Hasst mich in den Kommentaren, so viel ihr wollt. Ich will nicht, dass irgendjemand sich hier meine Meinung aufdrücken lässt. Bildet euch gerne eine eigene Meinung zu den Lineups. Ich bin primär nur hier, um die euch zu zeigen. Wo ihr dann hingeht, ist letztendlich ja komplett euch überlassen. Wo ich auf jeden Fall irgendwann in meinem Leben mal hin will, ist das Rostkilde Festival. Das geht eine ganze Woche. Von Ende Juni bis in den Juli rein. Alter Schwede. Sind hier viele Acts am Start. Ich finde es aber im Vergleich zu den letzten Ausgaben eher nicht so ein krasses Lineup. Ich kann halt mit 21 Savage zum Beispiel gar nichts anfangen. Auch SZA. Sind schon Acts, die ich mir ja mal angucken würde. Für mich stechen hier eigentlich nur Skrillex und die Foo Fighters raus. Klar ist ein dänisches Festival. Auch viele Acts dabei, von denen ich noch nie was gehört habe. Dieses Jahr aber trotzdem nur eine 7 von 10. Weil es hier einfach schon wesentlich gestördere Lineups gab. Da finde ich, sieht das Lineup vom Rockwärter in Belgien schon krasser aus. Wir sind jetzt hier schon Anfang Juli. Auch wenn das Festival Rockwärter heißt, es ist nicht zwangsläufig ein Rockfestival. Da spielen schon immer auch so Pop-Acts und alles mögliche. Aber alleine schon, dass sie sich leisten können. Parkway Drive am 4. Juli auf die 4. Position zu schreiben. Zeigt, was das für ein Lineup ist. Also ich gebe jetzt hier eine 9 von 10. Aber das kratzt auf jeden Fall so an der Bestmarke. Das ist schon echt ein heftiges Lineup. Ich finde es übrigens lustig, dass die Foo Fighters und die Pretenders am selben Tag spielen. Außerdem Anfang Juli haben wir das Splash Festival. Und hier haben wir jetzt den geheimen Headliner bekannt gegeben. Bekommen. Playball Cardi. Playball Cardi ist bis heute der schlechteste Act, den ich je live ertragen musste. Das ist ungefähr dasselbe Szenario wie bei Jizzes. Für Playball Cardi gibt es automatisch zwei Punkte Abzug. Weil wie man den nach dem Auftritt vor zwei Jahren überhaupt nochmal buchen kann, ist mir ein absolutes Rätsel. Das war eine absolute Vollkatastrophe. Also BHZ gern im Sommer natürlich nicht spielen. Ihr habt das vielleicht mitbekommen. Ich weiß nicht, ob da noch ein Ersatz kommen wird. Come on, Green Splash. Ein letztes Mal. Ey, was ist da los? Ansonsten finde ich das Lineup echt nicht so stark dieses Jahr. Es tut mir leid. Es ist nur eine 6 von 10. Aber ich komme trotzdem gerne vorbei. Akkreditiert mich. Parallel zum Splash findet das Rolling Loud Europe statt. Diesmal in Wien. Auch hier ist Playboy Cardi. Also direkt schon mal wieder so zwei Punkte weg. Aber auch insgesamt finde ich das Lineup irgendwie noch schlechter als beim Splash. Also klar, wenn man jetzt übelst auf dieser Ami-Rap-Schiene fährt und diese Acts übelst feiert. Von mir aus. Travis Scott würde ich mir auf jeden Fall auch mal geben. Ansonsten ist für mich persönlich echt nicht viel dabei. SSIO noch. Ja, und den Rest kenne ich entweder nicht oder finde ich kacke. 5 von 10. Irgendwie sowas in die Richtung. Dann lobe ich mir doch das Summer Jam Festival. Weil die haben gute Live-Acts vor allem auch. Und auch ein paar spannende Acts, die nicht nur die ganze Zeit auf Turn-Up und Playback machen. Sondern musikalisch auch was drauf haben. Vor allem spielt hier Motherfucking Marsi. Und warum spielt er nicht auf Splash? Ich verstehe es nicht. Aber ja, das Summer Jam Festival für mich eine 9 von 10. Ist ein geiles Lineup. Es ist halt so weit weg. Splash ist schon näher. Mal gucken, wo ich am Ende landen werde. Abonniert den Channel. Dann werdet ihr es mitkriegen. Vielleicht gehe ich auch zum Park Waves Festival in Dresden am Elbufer. Denn hier spielt Parkway Drive. Aber die sehe ich halt diesen Sommer schon zweimal vorher. Außerdem finde ich die restlichen Acts, die da dazugehören, eher ein bisschen Maut. Wenn man es jetzt als Festival werdet, ist es für mich eine 5 von 10. Aber wenn man es jetzt als Soloshow von Parkway am Elbufer werdet, wird es auf jeden Fall richtig gestört. Wir bleiben bei weirden Lineups. Das Concrete Park Festival hat ein bisschen aufgestockt. Und hat ihr anfänglich etwas komisch wirkendes Lineup noch komischer gemacht. Wobei sie bleiben in der Schiene Indie und Rap. Was ich ein interessantes Konzept finde. Ich bin gespannt, ob es aufgehen wird. Trotzdem ist es nichts für mich. Ich sage mal 4 von 10. Ruhrpott Rodeo. Hier spielt auch Sum 41 ihren letzten offiziellen Deutschlandauftritt. Gutes Lineup. Aber jetzt auch nicht überkrass, finde ich. Fürs Ruhrpott Rodeo aber natürlich vollkommen angemessen. Es gibt dem Ganzen eine 7 von 10. Oder eine 8 von 10. Und wir springen zum letzten Wochenende, was wir jetzt hier in diesem Video behandeln werden. Wie gesagt, Teil 2 kommt dann nächste Woche mit dem ganzen restlichen Juli und August. Der brechend voll ist, mal wieder. Mitte Juli haben wir das Melt Festival mit Spannenden Acts. Da waren irgendwo Sachen dabei, die ich richtig geil finde. Naja, Paula Hartmann. Sugar Babes Comeback könnte auch übelst fett werden. Vor allem in Ferropolis. Und dazu viele, viele, viele DJs und DJs. Ich würde dem Ganzen mal eine 8 von 10 geben. Wir springen nach Baden-Württemberg zum Happiness Festival. Ein okayes Lineup. Aber Alligator Scooter ist schon fett. Sido war halt schon vor 2 Jahren da. Ich gebe dem Ganzen mal eine 7 von 10. Weil die hatten halt auch in der Vergangenheit echt richtig fette Lineups. Und eins noch. Ein kleineres Festival in Hessen. Das Haune Rock Festival. Lineup für diese Größe. 8 von 10. Also Jen Iver, finde ich, passt da alles richtig gut hin. Und damit haben wir das Lineupdate für die erste Hälfte des Festivalsommers 2024 abgehakt. Lasst mich gerne mal wissen, wo ihr dieses Jahr so am Start seid. Wer keine Lineup-Updates mehr verpassen will, der kann uns auch gerne mal auf Instagram folgen. Da findet ihr in den Story-Highlights alle Lineups. Wir posten das dann immer, wenn irgendwas Neues reinkommt. Ansonsten gerne das Video liken und Pit Report abonnieren, um weitere Updates, News, Reviews und Berichte rund um die Live-Branche nicht mehr zu verpassen. Wir haben extrem Bock auf diesen Sommer. Es wird einfach nur fett. Wir sehen uns im Pit.